einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu unserer webinar reihe futures handel zur us-börseneröffnung ich freue mich dass heiko behrend wieder für uns die zeit gefunden hat heute das seminar zu veranstalten und ich freue mich natürlich auch dass sie hier live mit dabei sind und natürlich auch ein liebe grüß an alle twitch zuschauer von andreas ich mich natürlich auch dass ihr mit dabei seid mein name ist nelson kathos neto ich begrüße sie im namen von fxfett wir schauen uns direkt den risikohinweis an denn wie immer dient dieses wieder nur zu schulungs und informationszwecken unabhängig vom inhalt müssten sie auch wie immer ihre eigene entscheidung treffen und dürfen dieses event bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen weil sie schon mitbekommen haben wir haben ein bisschen bewegung in dem markt vorhin gehabt oder haben sie immer noch und deswegen schalten wir jetzt auch zu heiko rüber auch wenn es wahrscheinlich dass man theorie teile geht gibt aber nichtsdestotrotz viel erfolg und viel spaß ich bin im hintergrund binne wo es ist aber heute mal mit vorbereitung und zwar thema für heute was ich euch mitgebracht habe und wenn ihr fragen dazu habt dürft ihr mit ihr auch während ich das thema jetzt behandeln gerne die fragen stellen ich gehe dann danach noch mal drauf ein und dann schauen uns die us-eröffnung einmal sehen ob es den trade halt gibt ansonsten ein bisschen kommentierung mit dem stereo trader denn fx flat ist ja mit der einzige deutsche broker der mir bekannt ist der hat im metatrader auch den future handel überhaupt anbietet und das auch eine möglichkeit wie man da mit dem stereo trader future handel betreiben kann und das ist genau das was ich euch hier gerne vorstellen möchte gut dann gehen wir mal in das thema rein future handel mit dem stereo trader gaps als interessanten marken im chart und da lasse ich mal die präsentation hier beginnen da sollte man sich natürlich als erstes mal fragen wie entstehen denn entsprechende gaps und diese gaps entstehen es gibt natürlich auch intraday während des laufenden handels das soll die grafik hier zeigen gibt es natürlich auch manchmal gaps so wie heute kann es durchaus sein dass wir wir haben es ja gerade gesehen ja im future wird es nicht unbedingt so sein aber im cfd kann es schon mal so sein dass wir dann hier so ein gap dann halt haben das kann durchaus passieren so eine kurslücke wenn halt in extrem kurzer zeit heftige news reinkommen aber da um diese intraday gaps soll soll es jetzt gar nicht gehen gibt es aber immer auch mal wieder so intraday gaps wie sind denn so die unterschiedlichen laufzeiten in den märkten und wir haben in den index märkten vor allem zwei unterschiedliche laufzeiten oder handelszeiten vielmehr laufzeiten ist eigentlich ein dufes wort handelszeiten hätte ich immer schreiten sollen die kasse schließt zu einem anderen zeitpunkt wieder future und die zeiten sollte man kennen ich nehme als beispiel als erstes mal den dax da läuft die kasse also das ist am ende die einzelwerte die werten gehandelt im dax von 9 uhr bis 17 uhr 30 und der dax future der läuft dann weiter bis 22 uhr und eröffnet auch schon um 2 uhr 15 je nachdem wenn zeitumstellung ist auch um 1 uhr 15 und dann wieder bis 22 uhr so läuft dort der dax und währenddessen er kann dann halt einiges passieren auf was ich dann gleich noch mal eingehe im nestek ist es so da wir ja hier den nestek handeln oder allgemein bei den us indizes kann man sagen die kasse also die einzelwerte werden von 15 uhr 30 bis 22 uhr gehandelt dann ist der markt zu klar es gibt auch noch außerbörslichen aktienhandel gibt es auch noch und dann wenn wir uns den future betrachten der beginnt um 0 uhr und läuft durch bis 23 uhr die zeiten wurden auch jetzt in den letzten jahren erst geändert das war mal noch ein bisschen komplizierter gewesen dass der schlusskurs im future um 22 uhr 15 war dann war von 22 uhr 15 bis 22 uhr 30 pause und von 22 uhr 30 ging es dann bis 23 uhr von 0 uhr dann wieder weiter dann die frage also wie entsteht ein gap so eine kurslücke wenn der ganz normale klassische handel halt vorbei ist der schlusskurs ist dann entscheidend und wenn jetzt halt hier über nacht als beispiel sich der markt von der bewertung her ändert weil gewisse gründe halt eingetreten sind ja also vorwiegend wenn der markt geschlossen ist und nächsten tag neu eröffnet und irgendwas dazwischen zwischen der dem schlusskurs und eröffnung gab es irgendwo eine veränderung der bewertung dann führt es dazu dass am nächsten tag die händler am morgen halt ihre orders aufgeben und die börse als solches hat die aufgabe den bestmöglichen preis mit dem höchstmöglichen umsatz halt er zu finden und den dann als eröffnungskurs festzustellen das klar ist wenn jetzt man davon ausgeht keine ahnung dass der markt am tag halt teurer wird weil er gestern zu günstig war und wenn viele halt am morgen schon entsprechende kaufaufträge in den markt reingeben oder unlimitierte auch kaufaufträge reingeben und sagen hauptsache ich komme rein zum ersten möglichen kurs ja und dann gibt es noch paar limit trader und aus den ganzen angeboten in der eröffnungsphase gibt es auch eine gewisse zeitspanne wo dann gewisse orderarten auch aufgegeben werden dürfen vor allem nur interessant oder vorwiegend interessant für die innen für den institutionellen handel da gibt es gewisse orderarten market to open und in der zeit entsprechend kann man das dann alles dort reinlegen und dann sucht die börse über ihre algorithmen entsprechend den nach der devise den bestmöglichen preis wo der höchstmögliche umsatz also wo auch das meiste an umsatz befriedigt wird dann zu finden und dann gibt es den eröffnungskosten geht es weiter und der kann halt abweichen vom schlusskurs halt sein weil ganz klar wenn die kasse um 17 uhr 30 zu macht im dax dann ist bis zum nächsten tag um neun noch viel zeit wo halt was passieren kann und da wären wir dann auch schon bei den gründen die für einen gap sprechen können ja also ganz klar ist dass die kasse zu ist während der future noch offen hat ja auch die wenn man sich jetzt mal überlegt der nasdaq futures oder die us indizes oder us index futures die sind ja mehr handeln ja mehr im außerbürstlichen handeln nämlich von 23 uhr bis nächsten tag 15 uhr 30 sind die us futures im außerbürstlichen handel und dann erst ab 15 30 bis 22 uhr sind sie ja erst wieder im bürstlichen handel also zwischen der dem dem kassawert also den einzelaktien und dem future und dazwischen die arbitrage wie gesagt gibt natürlich auch noch den außerbürstlichen aktien handel der aber bei weitem nicht so liquide halt ist wie der bürstliche handel gut das wäre einer der gründe ein weiterer grund wert zum beispiel quartalszahlen von schwergewichten apple kommt um 22 uhr 30 halt raus die aktie macht nach bürstlich zehn prozent in zehn prozentigen sprung nach oben oder nach unten die aktie ist mit circa zwölf prozent im nasty gewichtet ja und bei einer zwölf prozentigen gewichtung und zehn prozent anstieg sind das halt 1,2 prozent veränderung im index ja also im nasdaq halt irgendwie 100 punkte hoch oder runter wenn andere aktien jetzt nicht komplett dagegen krätschen aber das wäre dann auch ganz klar ein grund wenn denn die kasse am nächsten tag aufmacht dass dann dort die kurse höher oder tiefer stehen je nachdem wie die aktie dann halt reagiert hat nur als beispiel nicht jetzt von tag zu tag zu ist sondern übers wochenende die börsen geschlossen sind da kann es auch sein dass geopolitische news aus irgendwelchen ländern siehe russland am wochenende rauskommen oder dann kann das halt auch dazu führen dass wir dann plötzlich dann am nächsten tag oder am montag oder am sonntag dann viel mehr also von sonntag auf montag zum wechsel dann wenn dann die futures wieder aufmachen wir dann auch wieder einen gap halt sehen ja und zwischen den zwischen den zeiten wo der markt geschlossen ist liegen auch unterschiedliche handelsspannen ja vor allem im nasdaq future ist es jetzt so dass zwischen 23 uhr und 0 uhr da passiert jetzt nicht so viel also da gibt es dann eher weniger bis keine gaps sei jetzt mal oder eher seltener aber durchaus sind die schlusskurse 23 uhr und 22 uhr in den us indizes interessant und im dax im dax werden zeit um 17 uhr 30 und um 22 uhr und dieser sollte man durchaus schon auch immer mit einzeichnen denn wir gehen jetzt einfach mal durch paar beispiele durch wie der markt dann an solchen gäbe ich habe jetzt nur den nasdaq genommen aber gleiches trifft auch auf den dau zu um einfach mal zu sehen oder euch auch zu zeigen wie der markt dann halt an sowas reagiert und dann zu überlegen macht das für mich vielleicht sinn auf sowas zu gucken oder nicht das kann ja dann jeder selber entscheiden der klaus fragt noch wie war das denn früher mit der auktion wenn es noch kein computerhandel gab da wurde das händisch gemacht also dass soweit mir das bekannt ist wurde das dann ganz händisch gemacht heute da war ja auch nicht so ein großer andrang denn da aber sowas wurde händisch gemacht bin so ein order buch wurde dann eingetragen ich gebe mein limit ich gebe einen stop limit kauf mit verkauf stop oder oder welche die der market kaufen egal zu welchem preis und da ja jeder order eine gewisse rang oder reihenfolge rang folge hat in ihrer wertigkeit kann man damit dann auch so ein preis dann bestimmt soweit mir bekannt ist also ich bin mir sogar bin mir jetzt nicht hundert prozent sicher aber wenn man so eine börsen prüfung macht zum zertifizierten eurex händler oder so ich glaube da muss man sogar so eine auktion händisch durch exerzieren kann ich bestätigen ist ja genau du musst die auktion dadurch machen und dann sagen was ist der öffnungskurs gar korrekt also man kriegt das genauso ohne computer auch hin oder als wissen da sollte man das können höre da im hintergrund da hat jemand sich weitergebildet lange ist es ja ja ich wollte das auch mal machen aber ich habe dann gesehen dass dass diese eurex prüfung nur nachhalt in einer gewissen haltbarkeit hat ich glaube fünf jahre waren es gewesen drei jahre drei jahre war ja genau ich glaube es geht mehr darum bezüglich einstellung dass du diese qualifikation genau über drei jahre benutzen darfst gut dann aber zurück zum thema also man sollte durchaus sich überlegen ob man halt also wisst ihr jetzt wie die gaps entstehen oder was die gründe dafür sind ja ich werde das immer mal wieder auch gefragt und sicherlich ich denke mal hier viele kennen das thema aber jetzt können wir uns ja mal anschauen falls ihr das bis jetzt noch nicht genutzt hat wie wie ist es im nestek benutze das ganze um euch zu zeigen auch wie der markt dann dort reagiert dann schauen wir uns mal an was so beispiele sein können und vor allem zu sehen wie der markt sich daran verhält macht er um 22 uhr zu und der future um 23 uhr ich habe jetzt hier mal ja ihr seht hier immer ich habe zweimal also zwei unterschiedliche schlusskurse zeichne ich mir immer ein also den von 22 uhr das ist dann der schlusskurs der kasse wo die einzelne werte schließen und dann den future den kann ich so einstellen und kann halt auch einstellen dass der future dann dass ich hier erst sehe dass der um 15 uhr 30 wieder eröffnet und die seht ihr seht ihr jetzt hier schon dass wir da sehr gut reagiert haben in dem bereich also so ein hochpunkt und danach denn den hat der markt erst 17 uhr erreicht gap geschlossen und dann wieder weg davon dann schauen wir uns mal das nächste an das nächste beispiel auch hier wieder schlusskurs 22 uhr kasse schluss future 23 uhr und die eröffnung wieder um 15 uhr 30 also direkt auf aufs gap hin zu handeln ist er selten oder oder passt eher selten näher aber dennoch geht es jetzt gar nicht darum zu sagen ich habe jetzt hier direkt ans gap hin sondern was man jetzt auch wieder sieht dass der markt halt erst mal davon weg geht aber das sind jetzt hier ist das nur ein oder zwei punkte unterschied er hat zum gap close dann läuft er zurück und dann sieht man nicht hier bleibt jedoch relativ lange an dem schlusskurs von 22 uhr hängen also es hat schon durchaus immer meine relevanz und da habe ich jetzt auch nicht wirklich weit 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 zurückgeguckt das hier ist der achte mai und da ist das dann immer ganz gut zu sehen als referenzpunkt zum schlusskurs ja die frage ist ich selber handel jetzt nicht wirklich auf also ich gucke wenn der markt dahin geht und das gap halt versucht zu schließen dann versuche ich das halt auch dahin zu handeln aber prinzipiell gibt es jetzt keine methodik wo ich sage ja ich muss jetzt ich handel auf gap close ja aber prinzipiell wenn der markt halt so eine idee hat oder mir zeigt okay das könnte so ein gap close werden dann versuche ich da einfach auch hinzukommen hier auch noch mal vom 21 april da seht ihr den schlusskurs um 22 uhr wieder auch dort wieder interessante reaktion an diesem entsprechenden schlusskurs um 22 uhr und dann auch noch mal relativ lange am schlusskurs von 23 uhr gehalten geblieben was halt so ein bisschen das problem ist wenn ihr euch das auch im cfd oder klassisch im future anguckt der die ganze zeit durchläuft denn fallen diese gaps eigentlich weniger auf oder man braucht schon einiges an vorstellungskraft um dieses gap zu sehen weil ja der kurs ja auch von 0 uhr bis früh um 15.30 ja auch hier irgendwo lang läuft das heißt wir werden es ja gleich sehen wenn wir jetzt uns in den ganz klassischen chart angucken ja dann fällt so ein gap gar nicht auf aber wenn man sich das so einzeichnen lassen kann und sowas habe ich halt immer offen dann sieht das sieht man das wesentlich klarer das ist sicherlich noch mal ein unterschied aber trotzdem wenn man sich zumindest eine linie einzeichnet und gedanklich ich mache es ja noch mal hin wenn jetzt hier den schlusskurs habt von 23 uhr als beispiel dann läuft der der markt die ganze zeit weiter ja so dann läuft der die ganze zeit bisschen runter bisschen hoch und eröffnet dann irgendwie um 15.30 da dann dann sieht man vielleicht gar nicht oder vielleicht ist auch vorher noch da durchgelaufen dann sieht man ja am ende nicht wirklich das gap deswegen macht euch trotzdem eine linie rein nimmt die linie blendet gedanklich euch ich mache jetzt mal hier für das blendet euch das hier gedanklich aus so bis dahin und wenn euch das ausgeblendet habt dann seht ihr okay da ist die kurslücke und das könnte ja der markt jetzt hier erreichen und dann und könnte hier vielleicht das gap dann schließen oder es könnte halt ein referenzpunkt sein wo wie auf der linken seite hier im bild zu sein dass der markt dort erstmal reagiert das ist ja erstmal schon mal wichtig zu sehen der markt reagiert dort gut letzte letzte beispiel oder vorletzte beispiel denn hier auch noch mal ein vom 3. mai auch noch mal 22 uhr schlusskurs relativ gut reagiert um 23 uhr das hat er gar nicht erreicht aber trotzdem auch hier das sind 10 15 20 15 minuten wo der markt dort rumgeeiert ist und dann auch später noch mal nicht wirklich tiefer gekommen ja also auch ein guter referenzpunkt und jetzt hier noch mal als letztes bevor wir dann in die analyse reingehen und dann den handel der noch mal so über mehrere tage das ist hier vom 26 april also 25 april oder 24 april denn der close da sieht man auch hier der markt am folgetag ist gar nicht in das gap reingelaufen sondern halt von der öffnung einmal hoch 10 15 minuten hoch und dann nur noch nach unten weg sieht man dann erst zwei tage später am 27 april ja finde ich hat der markt da auch erstmal ganz gut reagiert bei diesen schlusskursen das gap hier auch offen gelassen also wie gesagt ihr seht hier auch zweimal dass das gap nicht geschlossen wurde keine rolle gespielt hat der nasdaq steht jetzt hier wesentlich höher 300 punkte höher das gap ist auch offen geblieben das war glaube ich hier das gap mit den apple zahlen ja und von dort aus ist der markt dann ja nur nach oben gelaufen es durfte ja vor zwei wochen freitag glaube ich gewesen sein oder so aber bis dahin ist der markt das gab es immer noch offen und deswegen dann seht ihr durchaus als reaktionsbereich also entweder dass man vielleicht überlegt an so einem bereich wenn das gap geschlossen wurde von dort aus weg handelt oder zu dem bereich hin handelt kommt auch immer darauf an wo das gap liegt hier zum beispiel gab es gar kein gap wenn man da 22 uhr noch mal her nimmt das war dann hier unten gewesen ich glaube hier unten dann das war eigentlich quatsch da muss man schon auch an das ende gehen ich glaube hier das gap wäre auch noch offen gewesen oder ist noch offen nicht wäre es aber ansonsten gibt es nicht immer auch oder es gibt nicht immer entsprechend gaps muss nicht zwangsweise sein genau gut das soweit der ausbildungsanteil zum thema gaps im trading und als reaktionsmarken mal sehen heute haben wir auf alle fälle auch ein gap gucken ob das geschlossen werden will oder nicht aber definitiv mit dem anstieg durften wir heute einen gap haben gut dann gehen wir rüber auf den bildschirm und zwar wir sind über dieser range die wir jetzt hier sehen nasdaq hier ausgebrochen da drüber und das wird jetzt so spannend werden ob der nasdaq als solches es schafft da drüber zu bleiben über diesen hoch grün ein und richtig etwas dicker ja das ist der hat das ausbruchs level vom 28 vierten und vom achten mai also montag dienstag mittwoch genau so das gap habe ich jetzt hier mir nicht eingezeichnet weil der markt daher relativ weit weg ist also das brauche ich jetzt nicht also für mich geht es jetzt erstmal nur darum ob der markt jetzt hier den ausbruch halt schafft und wir nur hier das ganze testen und dann direkt nach oben weg versuchen wegzugehen und so eine art short squeeze sehen das wäre die eine idee die andere idee ist dass die erste stunde bis 16 uhr das ganze hier zurückläuft und dann vielleicht der markt hier entsprechend dann so runter kommt müssen wir jetzt mal sehen ja wie gesagt schlusskurs gestern hier unten also das wäre dann bis darunter wäre es gäbe close oder dann circa hier bis darunter in diesem bereich bereich aber das ist ja noch eine ganze ecke hin das sind knapp 100 punkte die der markt entfallen müsste falls er da hinkommt kann man sich ja das gäbe dann nur noch ein zeichen aber das wäre jetzt das jetzt sind wir hier dass der markt hier erstmal doch deutlich nach oben geht also ähm ziemlicher squeeze charakter jetzt haben wir wieder doch echt krass steht da steht es wieder so also ziemlicher squeeze jetzt hier selbst im stunden chart sieht man es nach der ganzen wohler am zeit von gestern und vorgestern ja durchaus wünschenswert aber muss man jetzt mal sehen wo man dort entsprechenden trade halt findet dann gehen wir mal von der stunde runter in den fünf minuten chart und da sehen wir hier zur eröffnung ging es genau bis an das level dran ich bin eher so ein typ ich kaufe oder ich handel eher selten bis gar nicht also nicht zwingend in den in den ersten fünf minuten hier und da hat es mich da schon auch früher immer mal ziemlich kalt erwischt bei hoher volatilität vor allem wenn die kerze nicht so wie jetzt so in eine richtung geht ja dann nervt mich das so ziemlich an wäre heute sicherlich vielleicht ein bisschen passender gewesen aber weiß jetzt nicht ob ich da direkt reingesprungen wäre ich glaube es eher nicht dass ich kenne ja mich und meinen handel assistente zumindest so passen als einstieg im trend dass ich hier drüber den das wäre hier klassisch ein einstieg im trend also long trade ich hätte aber auf der anderen seite glaube ich schon eher darauf gesetzt dass der markt aufgrund der starken vorbürstlichen bewegung ist auch nicht immer so aber durchaus noch mal runter dippt vielleicht hier bis hierhin geht oder bis ans tages hoch vom vortag anläuft um dann entsprechend erst zu steigen also ich werde es nicht davon ausgegangen dass die hier gleich so nach oben gas geben ja dann habe ich das ganze immer hier mit den einzelaktien ringsherum so ein bisschen platziert normalerweise hier auf der rechten seite wären jetzt noch unterschiedliche zeiteinheiten die stunde oder auch der 15 minuten chart oder auch der dauert den man damit aufmachen kann das ist irgendwie weiß nicht wo es hin ist es ist jedenfalls nicht mehr da gut also von daher muss da ein bisschen abweichen aber jetzt für das kurzfristige bild ist es jetzt auch nicht so entscheidend denke ich wenn wir hier auch noch mal runter gehen in dem in die minute und können hier nochmal den fünf minuten chart dahinter anmachen das ist der extreme indikator dann sehen wir jetzt die erste minuten kerze oder erste fünf minuten kerze schon ziemlich stark action ja jetzt muss ich jetzt seit die frage wo ist für mich mein entry mein setup das wird sicherlich spannend sein hier sieht man jetzt auch die ganzen einzelwerte ganz oben rechts also apple und microsoft wechseln sich platz eins platz zwei mal ab apple in dem fall über dem hoch drüber von gestern die microsoft am hoch dran daneben links amazon über das hoch drüber deutlich über das hoch von gestern drüber und dann auch hier die tesla auch deutlich drüber also auch ob nicht gesqueezed und die nvidia von der idee her gerade schreibt noch der klaus der nasdaq hat das gestrige hoch bei 13.300 in der nähe liegt auch der ppr2 das könnte ein signifikanter widerstand bedeuten im m5 ja könnte bedeuten ich weiß jetzt nicht wo das im future halt jetzt ist ja also hier ist jetzt der mikro nasdaq future für den verfall im juni den ihr jetzt hier seht und der steht woanders als der cfd ja und von daher ich selber nutze den r2 also ich nutze die pv punkte als solches nicht mal gucken wo der der stereo trader mir den hier ausspuckt diesen pv punkt pivot punkt vom tag davor da wären wir drüber also im zumindest im future wenn wir da drüber was festgestellt habe nelson ich habe letztens go to meeting in einem coaching benutzt und hatte da auch live trading in einem 1 zu 1 live coaching also go to meeting nebenbei mir box setup also hier unten das wäre vielleicht gut das nicht aber hier oben frage gerade wegen box setup box setup nicht wirklich weil es erst in der dritten minute der fünf minuten kerze passiert ist also das wäre jetzt ja kein echtes box setup also wenn man es kommt ja immer darauf an wie hart legt man die regeln hat auch aus für sich aber prinzipiell ja der markt ist ja leichter das hoch der da die connected also ich glaube wenn ich heute schon merke dass hier schon wieder so viel software mäßig irgendwie im arken ist und mir alles überlegen euch dann im schweiz halt hier eingehen kann weil es ja hier auch ein echt geld konto ist wir sind jetzt hier ihr seht das im fünf minuten chart knapp darüber gelaufen über das letzte hoch und mal sehen wie weit der markt jetzt hier runter kommt also ich warte jetzt mal ab wie sich der markt unter der 13.366 hier verhält ja so ein bisschen rücksetzer hätte mir schon gefallen also ich würde hier schon gucken ob man hier unterhalb also entweder dadurch handelt durch die 66 oder dann hier unten in dem bereich vom vortages hoch da würde ich dann noch mal nach long gucken also die beiden sachen eventuell vielleicht der short dadurch oder hier in diesem bereich noch mal gucken ob es da eine reaktion gibt in richtung long als test vortages hoch und dann nochmal weg nach oben wenn das hier fällt dieser bereich dann darf der markt relativ weit sogar runter kommen der nestek und dann vielleicht sogar auch sein gap schließen also eigentlich wäre es also mich also ich selber bin meiner am ende muss man das nehmen was einem der markt halt anbietet für mich ist die reaktion eigentlich völlig übertrieben auf der oberseite so da kommt der markt auch schon ein bisschen runter wir sehen das jetzt hier auch in den einzelaktien so mal sehen also das sieht jetzt erstmal schon ganz gut aus hier was haben wir denn hier an volatilität 70 punkte ok jetzt kommt eigentlich der druck rein den ich da gerne sehen möchte problem ist ich brauche hier irgendwie ein setup was ich handeln kann und das habe ich nicht also jetzt habe ich auch noch ein long setup aber wenn die jetzt hier wirklich gas geben nach unten gut also bei dem short klar ist jetzt kann man sagen ja warum ist er da nicht reingesprungen oder so hätte ich schneller sein müssen und b wenn ich dann hier unten nochmal überlege ob der markt vielleicht da unten abbreitet und vielleicht die long richtung eingeht ja wenn ich hier nicht geklickt habe bei dem durchbruch bei dem möglichen dann bin ich ja zu spät weit dann bin ich auch schon unten also da kann ich dann nicht mehr klicken so eigentlich muss ich also das dauert jetzt fast könnte länger dauern weil ich brauche für einen short trade brauche jetzt folgendes also ich bräuchte jetzt ja für einen short trade folgendes ich kann es ja schon mal einzeichnen dass der markt hier hoch geht irgendwo dahin und dann dass wir dann halt nach unten fallen also hier jetzt im prozyklischen trade rein machen kommt für mich nicht in frage hier unten das wäre noch vielleicht noch mal eine möglichkeit zu sagen okay der markt da hat hier unten schon mal gehalten in diesem bereich wenn er da jetzt nochmal hält komme ich vielleicht mit einem engen stopp hin da hätte ich aber auch schon drin sein müssen weil allein jetzt sind das schon der 40 punkte fast oder 30 punkte an stop loss sind dann pro kontrakt 30 punkte 60 euro ganz grob pro kontrakt an stop bei zwei kontrakten 120 euro muss man halt überlegen ob man sowas macht also da möchte ich irgendwie eine geringeren stopp haben also ihr dürft mir versichern oder ich darf euch versichern dass diese aussetzer wirklich nur sind wenn ich webinar halte also normalerweise bleibt das nicht stehen und wenn dann bleibt das mal kurz stehen aber das ist wirklich eher ausnahme aber ich weiß nicht so jetzt ist wieder die verbindung ich habe keine ahnung wo das liegt halt wirklich an meiner internet leitung dass die irgendwie so schlecht ist gerade heute das so passt also ich habe das heute schon mehrfach auch ohne webinar dass der markt sich so wenn er dieses kling klang hört dann muss der markt sich immer reconnecten weil er halt immer irgendwie die verbindung verliert vielleicht liegt es auch daran das hatte ich heute schon über den tag immer mal wieder das internet problem hatte so also bis jetzt bin ich ganz froh dass ich nicht reingehüpft bin klar an der richtigen stelle wären es zwei punkte aber ich wäre jetzt auf alle fälle nicht an der richtigen stelle unbedingt zwingend drin und gut auch dass mich da zurückgehalten habe hier irgendwie tiefer noch mal ein short zu versuchen sondern am ende wie gesagt ist es schon so dass man da auch geduldig sein muss bis das setup zu einem kommt und nicht einfach versucht eine meinung zu handeln naja ich sage mal so handeln und reden das geht bei mir schon wenn halt das setup da ist weil dann ist das wie so ein automatismus wie auto fahren und unterhalten kann man sich auch also bei mir läuft dann einfach dieser automatismus ab ich setze meine order dort dann kann ich nebenbei reden könnt auch mal weggehen vom rechner gut bei mir bei der haltedauer ist es dann eher passiert es meistens innerhalb von ein zwei bis fünf minuten wo dann ein trade entweder im exit landet also im stop loss oder im profit eins von beiden aber wenn ich jetzt anfange angestrengt nach dem setup zu suchen und der trade kommt nicht oder oder ich gehe den einfach ein und dann passiert nicht das was ich erwarte dann wird es anstrengend weil dann kann ich nicht reden weil dann muss ich mich konzentrieren und muss sozusagen auf alle ressourcen die ich habe zugreifen aber wenn es wenn es so läuft wie ich das brauche dann läuft das relativ gute als automatismus ab ich meine bei 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 so vielen jahren dann gut jetzt hier achte ich jetzt auf folgendes damit damit an der ich meine ich denke man ist ja auch immer interessant an der gedankenwelt daran teilzunehmen wie ich gerade denke und wenn ich das laut ausspreche vielleicht ist das ja für den einen oder anderen genau das interessante zu überlegen wie komme ich denn auf mein trade so dann sage ich euch mal jetzt worauf ich gerade gucke ich halte das hier mal kurz an also die kleinen durchschnitte die ema sind immer noch so ein bisschen aufwärts der roten ema 100 ist auch mal noch leicht aufwärts gerichtet also man kann es immer noch als pullback sehen als rücksetzer ich achte jetzt auf diese eine minuten kerze und wenn diese gehalten wird passt das immer noch mit dem tages hoch von gestern zusammen das ist ja hier diese hellgrüne linie ich mache es noch ein bisschen stärker mit blau und dann wäre durchaus noch mal möglich wie gesagt habe gesagt dass ich eigentlich hier oben denn die short seite handeln möchte werde jetzt darauf achten wie der markt hier noch mal an das ausbrustniveau hier ran läuft und werde jetzt da gucken also zwei möglichkeiten entweder man versucht da oben den long dann durch oder wenn er halt nicht da durchkommt kann ich auch hier den short nehmen muss dann zwingend darauf setzen dass definitiv diese gelb markierte ein minuten kerze dann auf alle fälle unterschritten wird wenn das gelingt dann ist der trade eigentlich safe weil dann kann diese lunde die wir hier im fünf minuten chart haben auch abverkauft werden und dann das von mir aus auch an diesem unterstützungsbereich muss man dann auch wieder gucken was dann als nächstes passiert also zieht es den markt wieder hoch oder dann doch nach unten durch das würde man dann sehen wenn es so weit ist so falls der markt auch hier runter kommt also an diese stelle hier runter dann wäre das auch nochmal ein schrubbschweig möglich aber falls wir hier diese eine minute außen kerze also diese kleine weiße kerze halten und das hier am tages hoch von gestern rumeiern und das passt dann mit dem immer zusammen und von mir aus mit diesem ph oder was auch immer dann wäre das okay so einzelaktien man sieht die tesla die macht sich auch mit nach oben die nvidia ist auch nach oben gegangen wie sieht es bei den anderen beiden hier aus naja die sehen noch nicht so prall aus microsoft und apple da kommen ja recht also ich muss natürlich also ich möchte auch gerne sehen wie der markt halt hier wackelt da war er doch jetzt wieder ich glaube ich habe am internet irgendwelche probleme ich glaube wenn ich jetzt einen speedtest mache also da das ist jetzt genau die entscheidende für mich jetzt so ein bisschen die entscheidende die entscheidung hier in diesem bereich jetzt mit der neuen fünf minuten kerze auch wo der markt jetzt hingeht ja seit die überlegung also für für weiter long weil gerade auch die frage kam also weiter long da wäre es natürlich ideal wenn wir noch viel viel tiefer korrigieren ja so das hier oben ist dann schon so nur minimum korrektur und wir haben auch so ein letztes tief gebrochen ja also eigentlich wenn ich wenn wenn short wäre eigentlich hier oben erst so in richtung 30 also im nestek future wer ist die 13.400 eigentlich also wie gesagt bin immer noch leicht long hier eingestellt in richtung der 13.366 30 kann man schon mal auch riskieren dann also wenn der markt hat das hoch von gestern hat kauft dann ist es halt einfach jemand der ganz klassisch sagt am hoch vom vortag wenn er von oben kommt kaufe ich mal das ist ein ganz typischer grund auch von 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 leuten zu sagen ich kaufe da halt ja die kasse sieht halt mir nicht so schön aus also die apple schwächelt die microsoft geht nach oben das ist dann schon wieder der nerv weil weil die future trader müssen dann auch gegen die aktien dann auch an antreten und da brauchst halt auch ein bisschen volumen so hält er es oder hält er es nicht also wenn ich nach apple gehe und amazon würde ich sagen geht es eher noch mal runter ans letzte tief aber das ist jetzt bin ich auch ganz froh noch keinen trade gemacht zu haben wie gesagt ich hätte ich kann euch sagen ich hätte nicht wirklich die richtige idee parat gehabt das kann ich durchaus so sagen also das einzige was mir was ich vielleicht wo ich sagen könnte damit komme ich auch in der nachbetrachtung noch klar als handel wäre eventuell dieser durchbruch da unten da bin ich schon immer mal ein freund davon auch so als breakout trader ich bin eher derjenige der einem ausbruch gerne auch dann weiter fallende kurs sieht kostet manchmal natürlich wenn der ausbruch halt nicht kommt da bin ich durchaus schon mal ein freund davon aber das wäre der einzige trade aber sonst hätte ich da jetzt auch weiter nichts im angebot gehabt ja hier weiß ich jetzt nicht so richtig wo will man hin so richtig longlastig sieht es nicht mehr aus aber kann halt auch aus dem nichts dann plötzlich doch die lange kerze kommen eine minute oder zwei minuten und dann passiert es halt doch wieder aber wenn ich hier da apple sehr bräuchten sozusagen jetzt eine kauf oder microsoft in amazon dann wäre es okay also amazon verteidigt den 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 boden und die anderen das microsoft macht so ein 1 2 3 tief und geht wieder ans tages hoch dann könnte es was werden aber so sieht das bis jetzt nicht so ganz so gut aus war gestern auch schon so die mega schere ich glaube gestern ja hier apple ziemlich geschwächelt glaube ich und ja gut am ende auch geschwächelt so also meine meine außenkerze hier auf die ich jetzt fokussiert hatte die hat so ein bisschen gehalten so weiß ich jetzt jetzt kommt der nächste punkt ja wir haben es jetzt leider gleich 16 uhr und ich muss halt heute 16 uhr auch das raus aus dem webinar also wie gesagt das ist immer noch der fokus jetzt hätten wir ja auch gleich die stunde fertig was bei der stunde jetzt nicht so passend ist wir haben jetzt bei der stunde einen relativ langen dort auf der oberseite also wir gehen nochmal hier in die stunde rein oder mache ich das hier mal ausgehen nochmal in die stunde rein also die stunden kerze sieht jetzt mal nicht so prickelnd aus ja die sieht dann eher aus oh das war ein piausbruch also das wäre jetzt das was mich mit der neuen stunde so ein bisschen stunde so ein bisschen stören würde klar wir haben jetzt noch vier minuten ja in vier minuten kann wirklich bis zum stundenklaus auch viel passieren aber falls halt nicht so viel passiert bleibt halt so ein dort was ich jetzt mal als kleiner ausblick wäre wenn wir mit der neuen stunde und das wäre jetzt für das für die long seite wäre so wenn jetzt mit der neuen stunde wir das aktuelle stundentief von jetzt was wir bis jetzt gesehen haben hier wenn wir das halten würden und wir würden mit der neuen stunde nicht unter das tief dieser aktuellen stunde fallen dann könnte es vielleicht nochmal ein höheres stunden tief gehen und dann nochmal die möglichkeit dass wir ans tages hochlaufen und dass wir dann den zweiten ausbruch durch die 13.366 sehen im fünf minuten chart als beispiel wo man sagt okay mit diesem kurzen durchbruch den ich euch gleich zeige war das nur ein abholen von irgendwelchen stops und dann berappelt sich der markt und läuft dann langsamer aber konstanter nach oben also das für die long seite für die short seite wäre es natürlich jetzt gut wenn einfach mit der neuen stunde der markt durch das tief der letzten stunde geht und dann die 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 14.30 kerze von den inflationsdaten nach unten einfach wegnimmt also ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig unschlüssig naja gut wenn man das mal wüsste dass doch fünf minuten vor ende dann doch nochmal so eine bewegung kommt so jetzt sind wir hier nochmal am fünf minuten chart naja im fünf minuten chart haben wir hier diese kleinen kerzen gesehen und es gibt durchaus den 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 spruch der zweite ausbruch ist der bessere und das wäre jetzt erst der hier kommen würde also wenn der markt dadurch geht das wäre dann der zweite ausbruch also wenn er durchgeht dann wäre das hier der zweite ausbruch das war der erste ausbruch daraus so und dann hätte man mit dieser aktion hier nochmal ziemlich die leute an der nase rumgeführt und könnte dann vielleicht mit entsprechenden volumen dann auch als vier versuchen nach oben durchzugehen wäre für mich ein passendes ereignis aufpassen würde ich dann wenn der markt hier hoch kommt in richtung also im future ich weiß jetzt nicht wo es im cfd ist hier oben hoch kommt in richtung 13.400 da würde ich nochmal aufpassen als reaktionsbereich oder versuchen bis dahin zu handeln wenn es möglich ist ja kommt ja natürlich immer auf die kerzen verteilung an wie die dann so ausschaut also das so die idee und jetzt hier im ein minuten chart das ist ja genau das da sieht man jetzt nochmal diesen fokus aber ich habe jetzt echt gedacht okay jetzt so fünf minuten davor da unten passiert jetzt nicht mehr viel aber das wäre jetzt naja gut nach betrachtung hätte hätte kann jetzt nur auf meine gedankenwelt verweisen leider ich wollte jetzt so nach dem motto ja fünf minuten vor vor ende der stunde musste jetzt nicht noch ein trade eingehen deswegen habe ich den auch nicht geklickt aber es war zumindestens passt es ja mal rhetorisch das ist eine wo ich jetzt mal auf die schulter klopfen kann also das war die kerze die kerze hat relativ gut gehalten diese außen kerze passt halt mit dem tages hoch vom vortag zusammen und wie gesagt die option die ich hier durchaus besteht ist wenn wir über diesen hochs hier drüber handeln ja im sinne des trendes dass wenn wir über dem tage über über dem tages hoch von gestern und über dem ausbruch hier handeln dass der markt ja versucht weiter zu gehen dennoch hier oben auf alle fälle würde ich aufpassen wenn der markt hoch kommt dass er hier vielleicht auch nur bis dahin geht bis wie gesagt im future sind sie 13.400 was man auch machen kann bei sowas wäre also wenn es nicht falls man da oben jetzt eine reaktion erwartet nehmt euch ein fibro her legt euch das von der handelsspanne von hier also die die letzte bewegung hier an und dann guckt er halt wie weit der markt hier korrigiert und hier wäre jetzt schon okay das wäre okay zwei drittel der der abwärts bewegung korrigiert und das könnte natürlich dann auch wenn man jetzt in diesem maße denkt also bewegung korrektur wenn man es richtig anlegt wenn es 38 prozent korrektur äh quatsch 61 prozent korrektur sorry und dann auch wieder runter wäre auch möglich das heißt für die trader die hier oben den short suchen die hätten auch in dem falle ein positives chance risiko verhältnis weil das risiko bei denen sähe so aus das wäre das wäre hier das risiko ja und das die mögliche chance wenn es nur ans tief der letzten bewegung ranläuft so ja dann sieht das für die trader ja so aus aber wie gesagt muss man halt überlegen ob man denn das zum handeln möchte so jetzt haben wir beginn der neuen stunde jo also schade schade oder nicht schade ich weiß es nicht ähm wie gesagt äh der trade war zumindestens gedanklich jetzt hat gepasst soweit mit stop loss nachziehen wäre jetzt drin noch drin also der stop wäre bei mir jetzt bei 13.366 ja würde aber hier oben dann sicherlich auch nochmal klatsch stellen dann den trader also weiß jetzt nicht ob ich den da bis durchs hoch halten würde glaube ich ja nicht kenne mich ja also ich glaube ich würde hier bei 13.400 dann einfach rausgehen und sagen das war's schien mal auf DAX und DAO wie gesagt ich habe ja gerade hier ähm wie gesagt DAX und DAO äh oder zumindestens jetzt die anderen Märkte ah ja ordentlicher Entgang gut also hier sieht man es ähm das ist auch manchmal ganz gut wenn man ja nur den markt beobachtet den man dann wirklich für sich dann auch handeln das ist auch in letzter Zeit schon immer auch wieder auffällig wenn man sich den hier den NASDAQ anschaut wie teilweise extrem unterschiedlich er sich zu den anderen Märkten bewegt und der also am Ende ist der ganz oben hier der NASDAQ, ach Quatsch, der NASDAQ, der S&P 500 ist, kann man so sagen, durchaus genau die Mitte oder das Mittelmaß aus NASDAQ plus DAO. Der DAO hat ja sogar hier das Komplett ans Tief abgegeben. Also da wäre die Schrott-Idee auf alle Fälle besser, aber hier am NASDAQ sieht das dann schon eher longlastig aus. Problem ist halt nur, man sieht das hier nicht, weil, warum auch immer, der NASDAQ bei mir erst, der hat noch nicht die neue Stunde gesehen. Also ich habe auf alle Fälle irgendwo da einen Leck, Datenleck. Voll krass. Tja, wie gesagt, ich warte noch auf Antwort, warum das so ist. Oder ich habe seit einer Woche keine Antwort bekommen. Ja, also bei so einer kontinuierlichen Bewegung ist es dann schon, ja, dann doch ärgerlich, in der Nachbetrachtung den Klick zumindest nicht gemacht zu haben. Allein über einen Stop-Loss im Ein-Minuten-Chart wäre der Stop jetzt hier ohne Gefahr, wäre man jetzt hier angekommen. Aber ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit hier einfach rausgeklickt hätte. Vielleicht noch mit einer Limit-Pullback, die mich vielleicht noch mal einen Punkt weitergebracht hätte, aber wahrscheinlich wäre ich hier oben raus. Also zumindest, wenn ich einfach mal meinen Handel so Revue passieren lasse, den ich ja von mir kenne über die Jahre. Also da seht ihr aber, der Trigger oder die interessanteste Marke war diese Kerze und dass die gehalten hat. Damit ist diese zweite Short-Welle, die man hier erwarten konnte, vielleicht nicht durchgegangen. Und in Kombination hat es halt gepasst, so ein bisschen mit dem kleidenden Durchschnitt plus mit dem Tageshoch vom Vortag an der Stelle, dass das jetzt gekauft wurde. So würde ich es halt sehen. Jo, da macht der Markt hier in sieben oder acht Minuten halt, ich wollte das hier doch so eine krasse Bewegung, schöne 60 Punkte. Und das Risiko war eigentlich relativ eng. Das Risiko war, also im Maximum wäre das Risiko 30 Punkte gewesen und im Minimum 15 Punkte. Ja, 15 zu 60 wäre natürlich nice. Genau. Also ich hätte natürlich diese, die Long-Idee, wobei das auch nochmal als Frage kam, also die Long-Idee hätte ich definitiv auch verlassen oder wenn der Markt hier drunter gelaufen wäre, dann wäre die Long-Idee für mich natürlich kaputt gewesen. Ja. So ist es so ein bisschen der Verlauf und den sieht man halt auch immer mal wieder, dass der Markt, also wenn man das als Linie hernimmt, wir kommen da hin zurück, dann kommen hier, das sind diese Stops, die hier fliegen. Dann denkt man, okay, jetzt kommt es runter, short und wenn das dann aber hält und da gucke ich dann drauf, wenn sowas halt hält, besteht dann die Möglichkeit, dass man in der Nachbetrachtung jetzt zumindestens das nur als Fake-Out auf der Unterseite und ja, wie gesagt, der zweite Ausbruch ist der bessere. Gut, aber ich hoffe, ihr konntet mir argumentativ zumindestens folgen, auch wenn ich jetzt den Klick da nicht gemacht habe. Und wie gesagt, raus wäre ich wahrscheinlich bei der runden Marke. Also das hier oben, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht meins. Das wäre nur dann meins, wenn ich mit zwei oder drei Kontrakten gehandelt hätte wollte, dann lasse ich meistens einen so lange laufen, ziehe den Stop nach, soweit es dann bringt. Also der Stop-Loss wäre jetzt bei mir hier in diesem Bereich, also hier auf der 0,6. Also das wäre dann der Stop-Loss. Wann hättest du den Short genommen bei einem Schlusskurs unter der 1 Minuten Kerze oder wenn der Dynamik schon? Ja, der Short wäre hier schon, er weiß jetzt nicht ganz genau. Danke Heiko, für deine Denke, hab Long etwas mitnehmen können. Na super. Aber wie gesagt, auf eigenem Mist muss es gewachsen sein. Da ich weiß, wer das geschrieben hat, weiß ich auch, wie er denkt. So, also den Short, wann hätte ich den Short genommen? Also der Short wäre echt problematisch gewesen. Warum? Weil, das will ich noch erklären, bevor ich jetzt aber, denn ich muss langsam hier wirklich jetzt los. Der Short hier unten zumindest wäre problematisch gewesen, weil dafür musste ich die 5 Minuten Kerze einblenden. Also 5 Minuten Kerze. Also 5 Minuten Kerze. Was hätte man mit dem Short handeln müssen? Man hätte mit dem, oder man würde mit dem Short, dieser Lunte, die ich jetzt hier rot markiert habe im 5 Minuten Chart, ganz leicht hier zu sehen, die hätte man weghandeln müssen. Wenn ich jetzt hier drunter, also ich hätte ja mit dieser 1 Minuten Kerze definitiv einen Schlusskurs da drunter warten müssen. So, wenn jetzt die eine Minute da unten schließt, dann bliebe mir genau das Gleiche nur übrig, wie ich es davor hätte machen müssen. Also wenn man hier den Short genommen hätte, dann muss man bereit sein zu sagen, okay, wenn der da durch, also der muss dann zwingend da durchfallen, weil das Risiko hier oben ist einfach relativ hoch, was man denn hat für den Short. Also wenn es so aufgegangen wäre, okay, ich sage mal, da hätte ich sehen müssen, wie der Markt halt runterfällt, fällt ja dynamisch, dann klicke ich da vielleicht nochmal rein, habe aber den SL ganz eng oder zumindest gucke, wie der Markt dann zuckt am letzten Tief und hätte der da nur eine Minute gewartet, dann wäre ich auf alle Fälle wieder raus gewesen. Also solche Durchbrüche zu tief zu handeln können, also es muss man oder was man bei sowas erreichen muss, ist, dass der Markt oder dass man den Trade dort eingeht, also man darf nicht zu tief reingehen, man muss den Trade so eingehen, dass falls er von hier unten aus wieder zurückkommt, dass man zumindest die Chance hat, plus minus null rauszugehen. Also so 10 Punkte Spiel wäre da schon ganz nice. Das Tool, mit dem ich zeichne, das heißt Point to Fix. Was natürlich, das ist halt echt krass, dass es jetzt genau so läuft, wie man sich eigentlich als Trader wünschen würde, nämlich das hier wirklich in den letzten 10 Minuten, also 5 Minuten vor Handelsende, diese Order hier losgetreten wird und man eigentlich hier keine einzige Ein-Minuten-Kerze, verdammt nochmal, fällt unter das Tief einer vorhergehenden Ein-Minuten-Kerze, das ist ja unglaublich. Also wirklich schon mega stark. Also wenn wir jetzt hier zählen, hier ging es los mit der Kerze und ab da alles nur höhere Tiefs oder, naja gut, hier ein Punkt drunter, aber sonst gleich höhere Tiefs und dann beginnt hier die neue Stunde und gleich die neue Stunde macht den Ballermann und jede Kerze jetzt hier höher. Also wo man da manchmal hinkommt, wenn man da im Ein-Minuten-Chart selbst im Nasdaq nur den Stopp nachzieht, das ist manchmal schon echt krass. Gut, jetzt muss ich weg vom Rechner, damit ich nicht wirklich so anfange, mich zu ärgern und wünsche euch auf alle Fälle erfolgreiche Trades. Zumindest schön zu sehen, mit einem zwingenden Auge, von wo aus das gestartet ist, dass man das recht gut verifizieren konnte, den Preisbereich und achtet einfach beim nächsten Mal da drauf, falls ihr denkt, das Short-Szenario macht Sinn. Achtet mal da drauf, wenn euer Short-Szenario, was ihr hier habt, wenn euer Short-Szenario nicht durchgeht, dann schaut mal nach links, ob ihr dann halt solche Ein-Minuten-Kerze, wie sie jetzt heute hier in diesem Video rausgearbeitet wurde, ob das genau so ein störender Faktor ist. Und wenn ihr das seht, dann habt ihr vielleicht auch einen Grund, vielleicht an der Stelle kein Short zu machen. Wie gesagt, ich war ja kurz und kurz auch dran, den Short, also ich hatte ja, wenn ihr euch das Video auch nochmal anguckt, auch kurz davor, ja den Short-Gedanken, dass ich gesagt habe, ich gehe da oben Short, aber dann auf einmal kam die Lage der Ein- und Fünf-Minuten-Kerze etwas anders und schon musste ich gedanklich auf Long switchen und gut, das Ergebnis kannte ich ja nicht. Ich sehe es jetzt und es ist doch wesentlich besser ausgefallen, als ich gedacht habe. Grund ist halt einfach, ich habe mich selber hier rausgenommen aus dem Spiel, gesagt, ja fünf Minuten vorher muss ich jetzt, fünf Minuten vor Schluss, bei mir war ja dann eher die Gefahr, ich weiß ja nicht, dass diese Bewegung kommt, aber jetzt stellt man sich vor, jetzt bin ich hier in dem Trade drin und jetzt eiert der Markt, wenn das so wie gestern gewesen wäre, nochmal 10, 15 Minuten da hin und her, ja dann kommt man da nicht raus und dann muss man halt irgendwie rausgehen und da dachte ich mir, das erspare ich mir, hätte ich gewusst, dass es so kommt. Aber da habe ich ja die Glaskugel nicht gut genug geputzt. So, jetzt muss ich auch ganz dringend bloß, es ist höchste Eisenbahn. Ich wünsche euch ganz viel weiterhin erfolgreiche Trades, wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder oder war der nächste Monat dann frei, wo ich dann schon Urlaub habe? Ne, ich habe jetzt ja gerade hier. Ich glaube 14. Juni haben wir noch. Jawohl, achso wir haben ja erst Juni, genau, da haben wir noch. Ich freue mich drauf. Das ist wieder in der Zeit, wo FED-Zinsentscheid, EZB-Zinsentscheid und am Freitag ist da der große Verfall. Habe ich auf meiner Übersichtskalender hier. Genau. Hat mir wie immer trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn jetzt der Klick nicht warm und damit das Geld nicht in meine Tasche gewandert ist, aber der Trade per se oder die Idee, zumindest die Idee war gut erkannt, gut rausgearbeitet. Viel Spaß beim Umsetzen oder auch beim Rausknobeln und dann wünsche ich euch allzeit gute Trades und freue mich, wenn wir uns dann nächsten Monat, also am 14.06. dann wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Und wenn ihr später das Video seht, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin, tschüss. Danke dir. Vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, Andreas, für die Übertragung und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, egal welches Format hier dabei waren. Und ich wünsche euch natürlich auch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.